Abkühlung gefällig? Bei Cool Runnings von Ravensburger geht es eiskalt zur Sache. Denn die Spielfiguren bestehen aus echten Eiswürfeln. Und es geht nicht nur darum, schnellstmöglich ins Ziel zu gelangen, sondern auch aufzupassen, dass der eigene Eiswürfel nicht wegschmilzt. Die Karten lassen sich auch für allerlei gemeine Attacken nutzen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Prise Salz? Aber Achtung! Die Angriffe können mit der gleichen Karte einfach weitergeleitet werden. Und schon schmilzt stattdessen der eigene Eiswürfel. Am Ende gewinnt der, der als erster im Ziel ist. Oder aber der, der als letzter übrig bleibt. Cool Runnings – das eiskalte Wettlaufspiel für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren. Allianzulat Allianzulat Vielen Dank.